Oh 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 Gegen Großmorgel Kapitel 4 Ich hab keine Ahnung Zimmer Seid Tö Salut Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So viel Hupen. Also nur Gegensteuern reicht nicht. Man muss springen. Was ist denn da gemein? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Okay. Verdammt. Ich wollte rausspringen. Huuu. Trophäe halten ausgewogene Ernährung. Der war schlumpfig heiß. Ich glaube, damit ist der Koch schon frei. Der war schlumpfig. Oh! Glückwunsch, du bist gerade aufgewacht, Kochlumpf. Wollen wir doch mal da hin. Ich erst mal noch zum Papa. Hey! 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 Was ist denn wohl schon? Ich hätte jetzt gedacht, bei dem kann ich noch irgendwas machen. Oh, nö. Na gut, dann war es das für heute, ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen, mir hat Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Ich will jetzt aber auch noch nicht um ruhig springen, aber ich bin neugierig. Wenigstens mal kurz linsen, Sammle Sternenpilze um auf den Minidraum zuzugreifen. Da stehe. Wecke genug Schlümpfe auf, um den nächsten Teil des Abenteuers zu gelangen. Was haben wir denn hier? Schneiderschluss Traum, für den sind vielleicht auch diese Nähdinger. So, hier fehlt mir der eine. Ich habe aber nirgends was gesehen, aber das finden wir noch raus. Für die Runde war es das, ich sage vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi.